Ja, also wir haben immer montags unsere Treffen. Da haben wir so eine Teamsitzung und da besprechen wir dann alles, was ansteht für die nächste Woche Mittwoch. Wir machen einfach so ein Brainstorming. Ja, und dann sammeln wir Ideen und dann kommt dann da immer die Sendung bei raus. Bei unserer Sendungsvorbereitung ist die Recherche sehr wichtig. Die Aufgabe der Redakteure unter der Woche ist es hauptsächlich, den Kontakt zu unseren Interviewpartnern zu halten und einfach Termine für Beiträge zu organisieren. Meistens machen wir das entweder über das Internet, per E-Mail oder per Telefon. Ja, zum Beispiel die Trailer, die suchen wir im Internet. Da sind wir extra auf so einer Internetplattform angemeldet und suchen dann einfach uns interessante Trailer raus. Der Döner-Test wird von Matthias organisiert. Das ist alles in seiner Leitung. Ja, Beyond the Mainstream mache ich. Der Döner-Test bereitet uns immer sehr viel Freude. Natürlich muss auch unser Studio jede Woche für die Sendung vorbereitet werden. Da müssen einmal Plakate ausgedruckt werden, die an die Wand können. Dann muss natürlich auch das Licht und der Livestream getestet werden, damit in der Sendung auch nichts schief geht. Diese Scheibe trennt den Regieraum vom Studio, wo jeden Mittwoch um 18.18 Uhr unsere Moderatoren live die Sendung moderieren. Wenn ihr euch vorstellen könnt, auch ein Teil des Teams zu werden, dann meldet euch an zu einem Praktikum bei ORGA TV. Seid ihr kreativ? Liebt es in einem Team zu arbeiten? Und wolltet eigentlich immer schon mal vor der Kamera stehen? Dann seid ihr hier goldrichtig. Seid dabei und gestaltet Woche für Woche eine Live-Sendung zusammen mit einem coolen Team. Die Anmeldung ist ganz einfach. Ab dem 19.02.8 Uhr könnt ihr euch auf der Website des Lehrstuhls eintragen. So stop being greedy. I know it ain't easy. I know it ain't easy. But you'll never leave me. You'll never leave me. That's cause you need me. But I ain't got time. Nope, I'm on my grind. You'll never leave me, bin.